Florian Silbereisen und Beatrice Egli galten lange als das perfekte Paar der deutschen Schlagerszene. Ihre gemeinsame Ausstrahlung und die Nähe, die sie auf der Bühne zeigen, ließen nie Zweifel daran aufkommen, dass ihre Beziehung tief und besonders ist. Doch in den letzten Tagen machte eine schockierende Nachricht die Runde, intime Textnachrichten von Beatrice an einen unbekannten Sein von Florian entdeckt worden. Diese Enthüllung ließ die Gerüchteküche sofort brodeln und die Pfands in Sorge zurück. Was steckt wirklich dahinter? Hat Beatrice etwa jemanden anderen an ihrer Seite? Es begann mit einem unerwarteten Auftritt von Florian und Beatrice auf einer Veranstaltung in Berlin. Beobachter berichteten, dass Florian und Beatrice an diesem Abend ungewöhnlich distanziert wirkten. Normalerweise bekannt für ihre innigen Blicke und liebevollen Gesten, schienen die beiden sich dieses Mal kaum eines Blickes zu würdigen. Etwas war anders, sagte ein Pfann, der vor Ort war. Beatrice wirkte abwesend, und Florian hatte einen ernsten Ausdruck im Gesicht. Es war, als ob zwischen den beiden eine unsichtbare Barriere stand. Diese Beobachtung sorgte bereits für Spekulationen, aber was dann kam, überraschte alle. Florian soll, wie in Sida berichten, vor wenigen Tagen auf Beatrice' Handy gestoßen sein, als sie beide auf eine Nachricht warteten. In einem scheinbar harmlosen Moment entdeckte er eine Chat-Konversation, die ihn laut Berichten dazu veranlasste, mehr nachzuforschen. Die Nachrichten, die er fand, stammten offenbar von einem Unbekannten und waren voller vertrauter Worte und privater Details. Die Entdeckung dieser Texte habe Florian sichtlich getroffen, und die Distanz, die zwischen ihnen bei der Berliner Veranstaltung zu spüren war, sei nur ein Anzeichen dafür gewesen, dass Florian mit diesen Informationen zu kämpfen hatte. Doch die Frage bleibt, wer ist dieser Unbekannte, und was genau steht in diesen Nachrichten? Ein Insider, der anonym bleiben möchte, berichtete, dass Florian Beatrice direkt auf die Nachrichten angesprochen habe. Laut Berichten habe er sie ruhig gefragt, Beatrice, ist da etwas, was du mir sagen möchtest? Beatrice, die zunächst überrascht wirkte, erklärte, Florian, ich verstehe nicht, was du meinst. Florian soll ihr daraufhin sein Handy gezeigt haben und sagte leise, ich habe gesehen, dass du mit jemandem schreibst, und es klingt, persönlich. Beatrice, sichtlich verwirrt, soll einen Moment innegehalten haben, bevor sie sich zu einer Erklärung entschied. Sie erzählte Florian von einem alten Freund, mit dem sie seit vielen Jahren in Kontakt steht und der sie in ihrer Karriere unterstützt hat. Die beiden hätten eine tiefe Verbindung, aber es sei immer rein freundschaftlich geblieben. Er ist jemand, der mich kennt, wie ich wirklich bin, und er versteht mich, erklärte sie ihm ruhig. Doch Florians Zweifel schienen damit nicht ganz beseitigt. Warum dann all die Geheimnisduerei, Beatrice? fragte er. Wenn es nur ein Freund ist, warum hast du mir nie von ihm erzählt? Diese Frage schien Beatrice zu verunsichern, und sie erklärte, dass sie diesen Teil ihres Lebens immer privat halten wollte, und ihre eigene Identität zu bewahren. Sie habe die Öffentlichkeit und ihre Karriere als Schlagerstar immer mit Florian geteilt, aber diese Freundschaft sei etwas, das nur ihr gehört. Manchmal braucht jeder von uns einen Rückzugsort, Florian, sagte sie leise, etwas, das nur für uns selbst ist. Florian, der immer noch unsicher war, versuchte die Situation zu verstehen und erklärte, dass er sich verletzt gefühlt habe, weil er dachte, sie würden alles miteinander teilen. Ich wusste nicht, dass du jemanden hast, dem du so vertraust. Ich dachte, ich wäre derjenige, der dich am besten versteht. Beatrice, die sichtlich bewegt war, legte ihre Hand auf seine und sagte, Florian, du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Aber diese Freundschaft gibt mir Kraft, die ich manchmal brauche. Doch dann kam die Wendung, die niemand erwartet hätte. Beatrice erklärte, dass dieser Unbekannte in Wirklichkeit ein Mentor ist, der sie schon seit Beginn ihrer Karriere begleitet. Er hat mir geholfen, in schwierigen Zeiten an mich selbst zu glauben und mich beruflich weiterzuentwickeln, erklärte sie Florian. Ich wollte dir nichts sagen, weil ich dachte, es könnte unsere Beziehung komplizieren, wenn du von ihm wüstest. Doch die Nachrichten, die Florian gesehen hatte, waren nur ein Ausdruck tiefer Freundschaft und beruflicher Unterstützung, nichts weiter. Florian, der zunächst verwirrt und verletzt war, begann die Situation in einem neuen Licht zu sehen. Er erkannte, dass Beatrice diese Freundschaft nicht vor ihm geheim gehalten hatte und etwas zu verbergen, sondern weil sie ihren eigenen Rückzugsort brauchte. Ich verstehe das jetzt, sagte er ihr schließlich. Ich hätte nicht so schnell urteilen sollen. Ich weiß, dass jeder von uns manchmal Dinge für sich behalten muss, um sich selbst treu zu bleiben. Beatrice war sichtlich erleichtert und dankte Florian für sein Verständnis. Florian, ich schätze es so sehr, dass du mir vertraust. Diese Freundschaft bedeutet mir viel, aber du bist derjenige, mit dem ich mein Leben teilen möchte. Die beiden umarmten sich in einem ruhigen Moment, und es war offensichtlich, dass ihre Beziehung durch diese Situation nur gestärkt wurde. Die Fans reagierten auf diese unerwartete Wendung mit Begeisterung und Erleichterung. Viele kommentierten, dass es schön sei, zu sehen, dass Florian und Beatrice so offen miteinander umgehen und bereit sind, sich ihre Ängste und Unsicherheiten einzugestehen. Wahre Liebe bedeutet auch, den anderen zu verstehen und ihm Raum für seine eigenen Bedürfnisse zu geben, schrieb ein Firma auf Instagram. Ein anderer fügte hinzu, Ich finde es wunderbar, dass Florian sich die Zeit genommen hat, mit Beatrice darüber zu sprechen, anstatt sofort das Schlimmste anzunehmen. Am Ende zeigte sich, dass die intimen Nachrichten keine Bedrohung für ihre Beziehung darstellten, sondern ein Zeugnis für Beatrice' persönliche Stärke und ihren Wunsch, ihre Identität zu bewahren. Florian und Beatrice bewiesen einmal mehr, dass ihre Beziehung auf Vertrauen, Verständnis und Respekt basiert und dass sie bereit sind, selbst schwierige Situationen gemeinsam zu bewältigen. Es gibt keine Geheimnisse mehr zwischen uns, sagte Florian abschließend. Beatrice ist die Frau, die ich liebe, und ich werde sie immer unterstützen, egal was passiert. Beatrice lächelte und fügte hinzu, unsere Geheimnisse sind Teil dessen, was uns als Menschen ausmacht. Aber am Ende des Tages wissen wir, dass wir uns aufeinander verlassen können. Diese Geschichte endete nicht mit einer Tragödie, wie viele befürchtet hatten, sondern als Beweis dafür, dass wahre Liebe alles überstehen kann, selbst die überraschendsten Wendungen.